Informatiker, der geilste Job des 21. Jahrhunderts. Und ja, ich weiß, Informatiker ist eigentlich keine richtige Stellenbeschreibung, aber es ist ein Studiengang. Allgemeine Informatik, beziehungsweise generell Informatik zu studieren, das ist immer beliebter. Doch nicht für jeden ist das etwas. Und wir wollen heute klären, ob es was für euch ist, was da genau gemacht wird, was eigentlich Informatik ist und was vielleicht eure Alternativen sind. Gut, zunächst lasst uns anfangen mit den Jobaussichten. Warum sollte man eigentlich Informatik studieren? Naja, ganz einfach, es gibt verdammt viele offene Stellen. Jedes Unternehmen möchte digital werden. Und dazu braucht man natürlich Informatiker, die den Kram machen. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf studierte Informatiker, sondern auch auf Fachinformatiker und alle dazwischen. Aber man braucht alles. Man braucht Leute, die eine App entwickeln. Man braucht Leute, die das Netzwerk administrieren. Man braucht vielleicht eine KI oder sowas, die dann irgendwelche Sachen automatisiert und so weiter und so fort. Das ist so viel wie noch nie. Und ja, natürlich braucht man auch gewisse Leute in der IT-Security, die die Hacker dann draußen halten. Ist klar. Trotzdem gibt es da natürlich ein Spektrum. Es gibt Leute, die programmieren. Es gibt Leute, die administrieren. Es gibt dann Informatiker. Und vielleicht kann man da auch anders reinkommen. Aber natürlich, wenn es viele offene Stellen gibt, dann heißt das natürlich auch, die Gehälter sind dementsprechend gut. Das bedeutet, dass ihr bewerbt euch bei einem Unternehmen und das sagt ihr, ja natürlich, aber das andere sagt, ich gebe dir ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Und dadurch werden die Jobs natürlich dementsprechend gut bezahlt. Das Wichtigste damals für mich war allerdings, es macht unglaublich viel Spaß. Also mir macht Programmieren Spaß, mir macht Mathe Spaß und mir macht natürlich auch abstraktes Denken Spaß. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Voraussetzungen für das Informatikstudium an sich. Denn das braucht ihr dort definitiv. Auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, ich müsste den ganzen Tag kranke Menschen aufschneiden, also kranke im Sinne von, sie haben körperlich irgendwas und dann wieder zusammenflicken, dann wird mir ganz anders. Also das könnte ich nicht. Aber hier ist natürlich jeder anders. Und das bedeutet, ihr solltet auch nur Informatik studieren, wenn es euch auch wirklich Spaß macht. Wenn ihr es wegen dem Gehalt macht, dann seid ihr höchstwahrscheinlich falsch dort. Ganz kurz zu meiner eigenen Geschichte, weil es verdammt witzig ist. Wir haben damals sehr, sehr viele Studienanfänger gehabt. Wir hatten über 1000, soweit ich mich noch erinnere. Und zum Vergleich, der größte Hörsaal am KIT hat 750 Plätze. Das ist Audimax und das war zu voll damals. Geht natürlich wegen Corona heutzutage nicht, aber das ist was anderes. Damals war es auch schon so, das war 2012, wo wir, oder wo ich angefangen habe, damals haben sie dann tatsächlich den Hörsaal genommen, das, was der Professor gesagt hat, gestreamt in einen anderen Hörsaal und dort konnte man dann auch noch unterkommen. Man konnte dann über Chat zum Beispiel Fragen stellen, beziehungsweise dem Moderator vorne, könnte man Fragen stellen und der hat das dann weitergeleitet an den Professor. Und das war schon ziemlich, ziemlich cool. Aber, ja, man sieht, es gibt wirklich verdammt viele Studienanfänger und trotzdem sind nicht alle Jobs besetzt. Ist klar, wir brauchen immer mehr. Und wir haben noch nicht so viele davon. Der Punkt ist allerdings, warum so viele damit anfangen und warum am Ende nicht so viele damit aufhören oder warum nicht so viele fertig werden, ist einfach, der NC ist halt 4 oder noch höher. Das bedeutet, man kann eigentlich immer Informatik studieren, sobald man ein Abi hat. Und das ist nicht immer die beste Idee. Das heißt, ihr könnt mit einem 4.0 Abi zwar Informatik studieren, wenn ihr aber Mathe hast und da überhaupt nicht mitgekommen seid, dann wird es im Studium wirklich hart für euch werden. Denn zum Beispiel am KIT war es so, wir hatten im ersten zwei Semestern fast dieselben Vorlesungen wie die Mathematiker und die sind nicht einfach. Also, wenn ihr Mathe nicht mögt und wenn ihr nicht abstrahieren könnt oder abstrakt denken könnt, ist ganz schön schwierig. Okay, aber lasst uns doch erstmal klären, was ist eigentlich Informatik genau? Und viele denken, ja, das ist ja ganz klar, aber versucht das mal eurer Großmutter zu erklären. Ich glaube, dann wird das tatsächlich schon ein bisschen deutlicher. Denn viele stellen sich darunter vor, Computer, irgendwas mit Computer. Man schraubt am Computer rum, man installiert Programme, man deinstalliert Programme, man entfernt Viren auf magische Art und Weise und vielleicht noch dann programmieren. Das ist aber schon so ziemlich die höchste Kunst. Das stimmt so nicht ganz. Oder eigentlich stimmt es gar nicht. Ihr werdet wahrscheinlich mit eurem Computer genauso viel machen, naja, wie eben ihr mit dem Computer machen müsst. Das ist halt ein Mittel. Ihr arbeitet damit, aber nicht dafür. Oder nur damit. Informatik ist eines der sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und Informatik ist zu einem großen Teil auch Mathematik, daher kommt das Matik in Informatik, und natürlich Informationstechnik, Info. Daher gibt es sehr, sehr große Überlappungen zwischen den Studiengängen und es ist wirklich nur ein ganz kleiner Teilbereich der Informatik, wo man wirklich auch programmiert. Tatsächlich ist das am Ende im Job das, was ihr wahrscheinlich häufiger machen werdet, aber, naja, im Studium ist es wirklich nur ein sehr kleiner Teil. Und Informatik ist halt sehr, sehr viel mehr als nur Programmieren. Es geht um das Managen des Programmierens, das Optimieren des Programmierens oder Code-Optimierung oder generell Algorithmen-Optimierung, um das Ganze noch ein bisschen abstrakter zu denken. Es geht um das Problemmanagen oder das Problemverwalten, das Verwalten von Computern oder auch wirklich das Verwalten von sehr großen Datenmengen oder Hardware oder sowas. Und man muss natürlich auch solche Algorithmen entwerfen, man muss sie optimieren und man muss nach Problemlösungen suchen. Das heißt, Informatik löst quasi Probleme, die wir ohne Informatik nicht hätten, so ein bisschen. Aber es hat halt auch seine Vorteile, wenn wir Informatik haben. Aber dafür ist natürlich logisches Denken enorm wichtig, denn der Rechner kennt nur eine Art und das ist halt logisch. Der kann nicht so gut mit was anderem. Und man braucht dafür eine sehr, sehr hohe Abstraktionsebene. Das heißt, ihr werdet selten wirklich im tatsächlichen Code arbeiten, dafür eher eine Ebene obendran und Pseudocode schreiben. Das heißt, ihr werdet überlegen, okay, wie sieht mein Code zum Beispiel aus und wie kann ich den optimieren? Aber nicht irgendwie in einer konkreten Sprache. Ihr werdet nicht 100 Sprachen oder sowas im Studium lernen, sondern ihr werdet da eher abstrakt drüber nachdenken und drüber nachdenken, hey, das hat eine Laufzeit von O von N log N, also möchte ich das jetzt optimieren, dass es nur noch O von N hat. Sowas zum Beispiel. Das ist tatsächlich gut. Oder wie könnte ich ein Problem auf eine gewisse Art und Weise lösen? Das führt mich natürlich zu der nächsten Frage. Sollte ich lieber ein Studium machen oder lieber eine Ausbildung? Und da muss man sagen, eine Ausbildung ist natürlich sehr viel praxisorientierter als ein Studium. Stellt euch das Ganze auf so einem Spektrum vor. Studium ist komplett Theorie und Ausbildung ist komplett Praxis. Also natürlich hat beides etwas da, von beidem, aber ein Studium ist sehr, sehr viel theoretischer oder wirklich fast nur Theorie eigentlich, während eine Ausbildung da anders ist. Es gibt oder es gab bei uns damals die Legende von einem Typen, der das Informatikstudium im Bachelor abgeschlossen hat, ohne auch nur eine einzige Zeile Code für sein komplettes Studium geschrieben zu haben. Also wirklich null programmiert. Wobei er dann natürlich im Fach Programmieren ein bisschen geschummelt hat, aber das lassen wir mal außen vor. Abgesehen von diesem Fach, nehme ich an, hat er nicht eine einzige Zeile Code geschrieben. Das ist auch durchaus möglich gewesen, je nachdem, was man eben macht. Denn solche Sachen waren dann meistens optional. Man musste eher abstrakt drüber nachdenken. In der Ausbildung hingegen habt ihr weniger das Managen, sondern tatsächliches Coden, beziehungsweise, also wenn ihr Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung macht, habt ihr tatsächliches Programmieren. Auf der anderen Seite, wenn ihr Administration macht, also Systemintegration, dann habt ihr halt Administration von Rechnern. Das heißt, ihr müsst sehr, sehr gut mit Linux umgehen können, sehr, sehr gut mit Windows umgehen können, aber eben nicht so auf einer abstrakten Ebene. Denn sowas lernt man im Studium. Also wie so ein Betriebssystem abstrakt funktioniert, was zum Beispiel ein Round Robin ist, oder wie Prozesse gescheduled werden. Das heißt, welcher Prozess ist wann dran? Das lernt ihr im Studium. In der Ausbildung ist es halt, wie kann ich es einstellen, konkret? Und das ist halt schon natürlich nochmal ein bisschen irgendwie nützlicher, möchte man sagen, aber wenn man es natürlich absackt kann, dann kann man das vielleicht auch übertragen, oder leichter übertragen, auf verschiedene Systeme. So, das heißt, der studierte Informatiker organisiert mehr, der Fachinformatiker macht die Dinge konkreter. Und da müsst ihr euch natürlich dann die Frage stellen, könnt ihr besser mit Zahlen, also abstrakt, das Ganze vielleicht ausformulieren, oder könnt ihr besser, wenn ihr das wirklich im Code habt, könnt ihr besser den Code vielleicht schreiben? Das ist vielleicht so ein bisschen die Frage, die man sich hier stellen sollte. Habt ihr lieber einen organisierten Überblick, oder steckt ihr lieber mittendrin? Das ist vielleicht auch noch so ein kleines bisschen, weil der Informatiker guckt natürlich von eher einem breiteren Blickwinkel drauf. Ich habe nach meinem Studium deutlich schlechtere Ahnung von Linux, als natürlich jetzt jemand, der eine Ausbildung gemacht hat. Also, das ist nicht, weil die Ausbildung, oder ich möchte die Ausbildung auf keinen Fall schlecht machen. Ihr habt einfach im Studium eher einen generalisierten Überblick und nach der Ausbildung habt ihr wirklich einen Detailblick. Ihr wisst, wie die Sachen funktionieren. Jeder Systemadministrator würde mir locker was vormachen, wenn es um Linux geht. Das ist ganz klar. Tatsächlich weichen die Grenzen allerdings immer mehr auf und, naja, häufig werden alle Aufgaben von studierten Informatikern gemacht und das ist eigentlich nicht unbedingt der Sinn der Sache gewesen, aber, ja, es hat sich irgendwie immer mehr so eingebürgert. Teilweise verlangen sie mittlerweile sogar schon Doktortitel dafür. Aber, in fact, man lernt halt einfach konkrete Technologien im Studium fast gar nicht kennen. Und, ähm, konkrete Technologien in der Ausbildung häufig, oder eigentlich nur. Ähm, dafür eben so diese High-Level-Konzepte, also dieses abstrakte Ding und man kann sich dadurch natürlich schnell einlernen und auch schneller verstehen, was irgendwie so passiert. Das Problem ist natürlich, nach der Ausbildung habt ihr dann mehr oder weniger eine Bindung an die Technologie von einem Unternehmen, weil ihr halt damit gearbeitet habt. Ihr seid super da drin, was das Unternehmen verwendet hat, aber vielleicht hat das Unternehmen nur eine Sache verwendet und das nächste Unternehmen verwendet dann was völlig anderes und dann müsst ihr euch neu einarbeiten. Das muss man natürlich, wenn man studiert hat, auch, aber es geht vielleicht ein bisschen schneller, wenn man die Konzepte kennt. Okay, das heißt, es ist abhängig von der Abstraktionsfähigkeit so ein bisschen des Azubis in der Ausbildung, das auf andere Unternehmen zu übertragen. Ähm, und ja, noch ein großer Unterschied ist natürlich, dass die Ausbildung sehr, sehr strukturiert ist, während die Universität stellt euch alles frei. Das heißt, in der Uni kann es passieren, dass sich Vorlesungen überlappen, was sich total bescheuert anhört, wenn man jetzt aus der Schule kommt. Es kann passieren, ihr kriegt einfach nur einen Plan, ey, guck mal hier, diese Vorlesung solltest du alle irgendwann mal gehört haben, wenn du im Studium fertig bist und du hast Zeit bis dann und dann und ihr denkt euch dann, ja, super, ich würde gerne die Vorlesung, die, die und die nehmen, aber die finden alle zur selben Zeit statt. Es ist ein bisschen doof, aber das kann tatsächlich passieren. Das ist mir auch mehr als einmal im Studium passiert. Ich habe tatsächlich meinen Master auf drei Jahre gestreckt, weil ich drei Vorlesungen hören wollte, die alle nur in einem Semester waren, also im Sommersemester und zwar alle donnerstags um, ich glaube, es war der erste Block nachmittags oder sowas. Die haben sich alle überlappt und ich wollte sie halt alle hören. War gar nicht so einfach teilweise. Also da hat man nicht unbedingt immer die Wahl. Die Ausbildung ist dagegen sehr, sehr strukturiert. Ihr habt einen festen Ablauf von dann bis dann und irgendjemand nimmt euch an die Hand und ja, das ist eigentlich so ganz, ganz angenehm an manchen Dingen. Außerdem ist die Ausbildung natürlich klar im Vorteil, denn ihr verdient Kohle. In der Uni kriegt ihr nichts dafür. In der Uni müsst ihr Geld abdrücken. Ja, das nennt sich dann Semesterbeitrag. Das sind keine Studierende oder Studiengebühren, sondern halt ein kleiner Beitrag, dass ihr zum Beispiel die ganzen Privilegien habt. Ihr könnt günstiger mit den Öffis fahren und so weiter und so fort. Aber es kostet was. Ihr kriegt da kein Geld rein. Das könnt ihr nur machen mit einem Werkstudentenjob und ja, der ist halt quasi Bonusarbeit für euch. Aber jetzt natürlich noch die große Frage, was ist eigentlich mit den Punkten dazwischen? Wir haben die beiden Extreme kennengelernt. Einmal das Studium, komplett Theorie. Einmal die Ausbildung, komplett Praxis. Natürlich nicht ganz so extrem, aber relativ so. Und da gibt es noch einige Sachen dazwischen. Es gibt noch die Fachhochschule und es gibt noch das duale Studium. Die Fachhochschule ist so auf zwei Drittel Richtung Studium, okay? Eine Fachhochschule ist dazwischen sozusagen. Das heißt, wir haben Konzepte, wie in der Informatik auch, wie im Studium an der Uni auch, aber eben nicht ganz so viele. Wir haben weniger Beweise, also weniger mathematische Beweise, warum etwas so ist. Dafür lernt man ein bisschen mehr konkrete Technologien, ein bisschen mehr Hands-on, ein bisschen mehr Coden, ein bisschen mehr wirklich machen. Wenn es nach meinem Studium gehen würde, zum Beispiel, ich habe an der Uni studiert, könnte ich zum Beispiel immer noch kein HTML. Also gar nicht. Das hat mir niemand beigebracht, offiziell. Ich habe es mir halt selber angelesen. Ja, und die Fachhochschule, die bringt dann einem sowas zumindest mal ein bisschen bei. Im dualen Studium seid ihr noch ein bisschen mehr Richtung Ausbildung. Das heißt, ihr seid quasi zwischen der FH und der Ausbildung. Das heißt, ihr seid auf einem Drittel Richtung Studium, also halt Uni-Studium würde ich sagen, und auf zwei Drittel Richtung Ausbildung, würde ich jetzt mal so behaupten. Das heißt, studieren, aber in der vorlesungsfreien Zeit im Unternehmen arbeiten. Dadurch sammelt man natürlich so viel Praxiserfahrung an und hat deutlich mehr Praxis als an zum Beispiel einer FH, also einer Fachhochschule. Es ist quasi also dazwischen. Der Bonus ist, ihr verdient was. Und das ist natürlich für viele auch ein fettes Argument. Also das heißt, man hat quasi ein Studium. Man hat aber am Ende auch wirklich einen Verdienst und man kann zum Beispiel sich sein Leben irgendwie finanzieren. Das ist ziemlich angenehm. So, jetzt natürlich noch die letzte Frage. Wer kann eigentlich überhaupt Informatik studieren? Naja, also wie gesagt, normalerweise kann es jeder machen. Aber Achtung, es wird halt eben gesiebt in den ersten paar Semestern. Die sind wirklich sehr schwer. Es ist hauptsächlich wegen Mathe eigentlich so schwer oder wegen diesen abstrakten Konzepten. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, Mensch, Mathe in der Schule war super easy. Ich hatte auch 14 Punkte oder 15 Punkte in Mathe in der Schule damals. Und Mathe im Studium ist halt was völlig anderes. Es lässt sich nicht so wirklich fassen, was genau daran so anders ist. Es ist aber nochmal eine Ebene abstrakter, nochmal eine Ebene theoretischer, nochmal eine Ebene breiter. Alles größer, alles abstrakter gehalten, alles generalisiert. Also dann sagt man halt nicht, ja gut, das gilt halt für diese Zahlen, sondern man sagt, das gilt für alle Zahlen, die halt kleiner sind als unendlich oder die halt positiv sind oder sowas. Ja, wie gesagt, ich hatte auch immer nur eins in Mathe in der Schule, aber eben, wir waren dann tatsächlich in einer Lerngruppe drin, in einer wirklich großen Lerngruppe. Wir waren so 20 Leute oder sowas und haben gerade mal so die Übungsaufgaben geschafft, die man für den Schein machen musste, damit man überhaupt die Prüfung schreiben darf. Also es ist schon, also Mathe ist nicht ohne. Auf der anderen Seite, man braucht natürlich eigentlich kein Vorwissen, das sage ich jetzt mal ganz, ganz konkret, weil mich immer wieder Leute fragen, wie kann ich mich vorbereiten auf ein Unistudium. Es reicht, ein Abi zu haben oder eben, wenn ihr an der Fachhochschule studieren wollt, eine Fachhochschulreife. Ihr müsst nicht coden. Ihr müsst nicht coden, es schadet aber natürlich nicht. Also man lernt dadurch natürlich die Konzepte ein bisschen kennen. Es ist nicht nötig, zu coden und es ist auch nicht wirklich das Schwerste, was man dort lernt. Auch Mathe, euer Abi-Niveau sollte eigentlich offiziell ausreichen, aber trotzdem, wer sich jetzt vielleicht noch unsicher ist, was, ob er genau studieren soll oder nicht, schaut euch meine Playlist zu Netzwerktechnik zum Beispiel an. Das ist ziemlich genau das Niveau, was im Studium so gemacht wird. Algorithmen, also ich habe eine Serie zu Algorithmen und Datenstrukturen, die geht auch ein bisschen in diese Richtung. Allerdings werdet ihr die Python-Implementierung, also wir haben dort, ich habe dort immer ein bisschen Python-Code noch reingepackt, damit es ein bisschen konkreter ist, damit es wirklich genau das ist, was ihr im Studium dann auch, äh, was ihr dann auch wirklich machen würdet. Das findet ihr im Studium normalerweise nicht. Ähm, vielleicht noch ganz kurz ein Zitat, was ziemlich wegweisend ist. In der Informatik geht es genauso wenig um Computer wie in der Astronomie um Teleskope. Also, das ist von Dijkstra und der ist tatsächlich ein sehr berühmter Informatiker. Ja, ähm, abschließend vielleicht noch ganz kurz, ob ihr jetzt Informatik studieren solltet, ob ihr Ausbildung machen solltet oder was dazwischen, Fachhochschule oder duales Studium, das müsst ihr am Ende selbst entscheiden. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video so eine kleine Hilfestellung geben und ich denke, ihr könnt mir natürlich auch ganz gerne eure Erfahrungen schildern, indem ihr die Kommentare unten benutzt und bitte lest auch die Beschreibung, ähm, das wäre super wichtig, weil da könnt ihr dann noch Sachen ergänzen oder kann ich noch Sachen ergänzen und, äh, Sachen ergänzen, die vielleicht ihr noch geschrieben habt. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.